Joho alles gut und dann gehen wir mal ein bisschen was reparieren und gucken was wir noch reparieren müssen und dann sehen wir uns mal zu, dass wir uns mal auf die Socken machen zu irgendeinem anderen beknackten Planeten, weil der hier ist ja echt also vielen Dank kann ich darauf verzichten. Wir überleben zwar relativ lange aber ich glaube hier war ich schon. Oh da ist Tamium, warte. Wir überleben zwar relativ lange, der Schutz ist gut, so im allgemeinen umweltmäßig, aber dauerhaft wohnen will ich hier nicht, weil wir können uns ja auch Basen bauen und so eine Scherze jetzt machen und dafür würde ich mir gerne einen schönen Planeten aussuchen und den dann zu einem Eigenheim umbauen, aber vorher nehmen wir noch das Tamium hier mit, kommt uns auf einmal alles her, habe ich vorher gar nicht gesehen hier, was ist da los? So viel Tamium, voll nice, habe ich auch noch Platz. Ach das der immer auf dem Haumschiff landet hier, bisschen nervig. Äh, Tamium 101. So jetzt habe ich fast drei Stacks hier Ridium gesammelt, dabei brauchen wir immer nur 15. Oh warte, wir können ja unsere eigene Kapsel hier auch noch aufmachen, ne? Glaube ich, ich erinnere mich. Machen wir auch noch schnell. Und dann aber der Traumschiff in Reparatur und so. Da, reparieren. So, ich hätte gerne was ordentliches bitte. Wieder nur einen Lanithaufen. Was machen denn diese? Naja, wir werden es sicherlich noch erfahren. Da ist Plutonium, ne? Ich nehme das mal mit. Unauffällig. Gras das mal schnell weg. Bevor einer gucken kommt. Warte, warte. Zack. Geh weg. Ich brauche das. Hö, hö, hö. Zack. Danke. So. Steigen wir mal schnell ein. Hier sind wir safe. Boah, die Linterhaltung ist auch schon wieder fast im Arsch. So, jetzt haben wir vier Karitplatten. Dafür müssen wir dann die reparieren. Sehr gut. Und der Impulsantrieb ist auch noch im Arsch. Dafür brauchen wir noch zwei Karitplatten. Haben wir noch 100 Eisen oder 50 oder 25 oder was? Kostet der Scheiß. Der ist okay. Was ist das denn hier? Habe ich kein Eisen oder was? Heute. Ach, 23 Eisen. Toll. Wo schwer raus. In die Kälte. So viel Startschub düsen. Ach so. Auftanken. Ja, nee. Nee, also wirklich nicht. Okay, den hatten wir schon. Äh, warte. Hier ein bisschen Eisen. Nehmen wir mit. Dann haben wir das gleich komplett repariert. Und dann ist gut. Und wisst ihr ja, wie das ist, ne? Was wir haben, das haben wir. So, jetzt haben wir 90. Kann ich das jetzt auch im Raumschiff bauen? Vielleicht? Ja. Sehr gut. Kostet 50. Können wir nur eine von basteln, oder? Nee, können wir noch eine von basteln. Hier ist ja gut. Zack. Und dann verwursten wir die gleich mal dahin. Was brauchen wir das Ding? Eisen. Hier. Mach voll. Und hier nehmen wir den Stack. Brauchen wir noch ein bisschen Eisen. Warte. Ach, nö. Ach, hör doch auf. Warum? Was kannst du jetzt nicht bringen, Alter? Kein Tarmier auf jeden Fall. Hier, Kohlenstoff. Kohlenstoff kriegen sie überall. Zack. Nehmen wir das Eisen noch mit. Wir sollten das nicht so aus der Entfernung machen, glaube ich. Bringt, glaube ich, mehr, wenn wir dichter dran sind. Dann treffen wir mich ein bisschen besser. Kommt schon wieder so ein kleiner Scheißer an. Äh. Ich brauch mich nicht scannen, Junge. Ich gehöre nicht zum Inventar. Was ist das N eigentlich? Heißt das Norden? Wahrscheinlich, ne? So, komm, nimm das Ding mit hier. Bevor mir schlecht wird. Und dann wollen wir gleich mal gucken. Wie viel frisst denn so ein Teil? Ah, okay. Was war hier? Plutonium. Ein bisschen was haben wir ja noch. Oh, der scannt mich gerade. Ich sehe das. Hi. Tschüss. Alles ist hier und funktionieren. Kehre zum Schiff zurück. Ja, ich bin, äh. Schiff ist ready. So, pass auf. Jetzt mach ich einmal sch... Hier, ich quatsch den einmal voll hier. Interagieren. Iteration Nummer... Hast du nicht gesehen. Szenario. Übertragen, gelöscht. Mögliches Versagen bei Grenzschichtablösung. Schiff 16 geleert. Wächterintervention. Bewusste Übertragung. Unbekannt. Diagnose. Keine Verbindung. Analyse. Erwartet neue Iteration. Anomalie. Eindämmung vorbereitet. Übertragung wegge... Was? Ich übertrag mal. Reisenden Anomalie entdeckt. Position verzeichnet. System Integritätsscan initialisiert. Anomalie ist konform. Was heißt das? Okay. Nö. Jetzt steht da S. Da steht N. Heißt das Norden und Süden? Haben wir eigentlich eine Map? Ich drück mal M. Map. Map, Map, Map. Ich drück mal E. Kann das sein, dass mein Lebenserhaltungsding kaputt ist? Ist der leer? Der wird nicht angezeigt. Nö. Noch ist er da. 42%. Da geht noch. Suche antworten in den Sternen. Ja, wie? Wie starte ich denn? Ich weiß es leider. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Protokoll. Inventarverwaltung. Inventar voll. Was heißt das? Platz in deinem Inventar schaffen. Den Exoanzug verbessern. Der Exoanzug hat drei verschiedene Inventare. Das Hauptinventar enthält Fracht- und Technologie-Upgrades. Die Technologie-Inventar bietet Platz für Anzug-Upgrades und Steigerungen. Das Frachtinventar ist für Gegenstände reserviert und kann große Stapel aufnehmen. Repariere den bestätigten Impulsantrieb. Habe ich doch gemacht. Wenn ich mich nicht irre. Hier wird weh ab. Ah, okay. Aber was war denn hier damit? Impulsantrieb? Der ist doch... Der ist doch gut jetzt, oder nicht? Ach, jetzt hat er das. Ist gecheckt. Stelle einen Signalbooster her. Mhm. Wie mache ich das? Kann ich das? E? Äh, Überbrückung, Energie, Rarität, Konsumgut, Gerät. Muss doch unter Gerät laufen eigentlich, oder nicht? Ich habe einen Überbrückungsschip hier. Äh, Überbrückungsschip. Ich habe einen Überbrückungsschip. Aber ich habe keinen Signalbooster. Was ist das hier? Äh, ne? Das ist Upgrade. Plus 10% Geschwindigkeit. Und... Ja, ich glaube, mehr abbauen ist gar nicht so schlecht, oder? Zack. Und das war es dann auch schon. Ist das Ding schon voll? Aber ansonsten... Technologie installieren? Nö. Haben wir nicht. Ich habe auch keine Ahnung, wo ich das Ding gerade gefunden habe. Okay, aber wir haben auch keinen Signalbooster, oder so ein Quatsch. Hä? Exoanzug verbessern. Äh, warte, ich gucke nochmal. Lande ich eigentlich jedes Mal jetzt hier. Ich würde gerne auf Protokoll landen, hauptsächlich. Keine Ahnung, wo wir das herholen sollen. So, Reparierung, Multi-Werkzeugsysteme, Planet verlassen. Gut. Ich würde sagen, wir verpissen uns. Juh. Okay. Drücke E zum Landen. Nö, nö. Will ich ja nicht. Ich will ja abhauen. Mhm. Kann ich auch scannen, ja, ne? Juh. Guck mal, da hinten ist irgendwas. Ich eier da mal hin. Hier ist ein Fragezeichen. Anguckt in 36 Minuten. Hätt. Wieso leuchtet das? Was soll das? Hier sind überall noch Fragezeichen. Okay, die Steuerung ist ein bisschen schwammig mit der Maus. Was haben wir denn da? Das sieht interessant aus. Aha. Ich kann nicht landen. Jetzt kann ich landen. Wo? Hallo, nicht so weit weg. Autsch. Ich habe Plutonium gesehen. Will ich haben? Komm nicht ran. Warte, wir gehen gleich zurück. Wir verlassen auch gleich diesen... Autsch. Hätt. Hätt. Wo bin ich? Was? Oh. Das war ein tiefes Loch. Wo ist das Plutonium jetzt hin? Da. Nur Augen für Rohstoffe, ne? Kann ich da auch noch nicht. Okay, ich muss glaube ich ein bisschen aufpassen, wo ich hinlaufe. Ich glaube, Energie lädt sich von alleine wieder auf, oder? Ja. So. Danke, reicht. Das musste einmal sein. Oh Gott. Oh Gott. Oh, Hallöchen. Hier gibt es ganz viel Zink. Da ist noch mehr Plutonium. Alter, wieso? Ist mir so weit weg gelandet, alter. Nehme ich mit. Hallo. 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 Jetzt. Jetzt. So. Gehe ich auch noch. Zack. So. Wat du, wie herf hier. Ein Wegpunkt. Aha. Hier kann ich speichern. Oh, da ist es. Guck mal, da ist so ein Bot. So ein Händler. Mongo, wenn ich mir nicht irre. Juwach. Genau. Ach, siehst du, da steht es ja auch. 14.8. ist heute. Liebe Freunde, da hinten leuchtet es sehr rü... Oh, Tamium. Da hinten leuchtet es sehr rütelig. Da soll ja auch Plutonium rumfliegen, wenn ich mir nicht irre. So, wer bist denn du? Hallo. Matrix. Galaktischer Markt. Wat hast du denn so? Nutzer, Admin, Star-Mechaniker, Stat. Okay. Gegenstände aus deinem Inventar, vom Handelsnetzwerk. Äh, hier. Verrostetes Metall. Uh, gibt es viel zu wenig für. Können wir rein theoretisch verkaufen. Äh, Exo-Anzug-Inventar. Bin ich drinne. Ach, Schiffs-Schiffs-Schiffs-Schiffs-Schiffs-Inventar ist zu weit weg, oder wat? Kohlenstoff behalte ich? Äh. Ja, komm. Weg damit. Braucht keiner. Äh. Instabiles Plasma. Boah, voll teuer. Mhm, mhm. Energieriegel. Kann ich mir selber bauen. Was ist das denn? Supraleitende Faser. Fünfdimensionaler Turus. Wat zur Hölle? Gold. Oh, Gold ist auch unter Wert. Ionkugel. Entschlüsselte Benutzerdaten. Seht, selbst reparierende... Reparierendes Heridium. Hä? Was macht das? Hat er gar nicht auf Lager. Oh, du bist ja doof. Achso, das war's. Ja, komm, geh weg. Äh. Muss ich das jetzt von meinem Raumschiff übertragen, oder wat? Hier, der Corvax-Würfel brauche ich da so nicht. Handelsnetzwerk immer stark nachgefragt. Und Planeteneinrichtung. Aronium. Stelle Produkt in Inventarplatz her. Aha, kann ich auch selber bauen. Aus Kuhstoff und Iridium hergestellt. Aha. Okay. Ja, komm, wir kaufen erstmal wie viel... Ach, hör doch auf. Ach, hör doch auf. Das glaube ich dir nicht. Ah, hat aber recht. Ach, guck mal hier. Nanithaufen. Wat macht das? Ein dichtes, waberndes Miasma aus Nanit. Wird bei der Konstruktion fortschrittlicher Technologien verwendet. Für spezialisierte Händler höchst wertvoll. Hab ich 49 Stück von. Hier, die schmeiß ich mal in mein Raumschiff. Die behalte ich mal. Das sieht interessant aus. Die anderen Sachen kenne ich eigentlich weitestgehend. So. Schiffspieler und sowas behalte ich alles. Äh, okay. Und nochmal. Ja, 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 komm. Komm, 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 komm. Äh, aus deinem Inventar. So. Krieg für 13.000. Mach weg. Mach weg. Und das Aronium mach ich auch weg. Juh. Oh, ich hab, glaub ich, grad irgendeinen... Meilenstein erreicht. Fern-Terminal kennung empfangen. Handelspunkt offen und online. Häh? Ich hab... Aua. Achso. Reise Meilenstein. Ich wollt grad nachgucken. Gedrückt halt zu überspringen. Ja, nee, will ich gar nicht. Neues Geschäft. Uh, 55.000. Boah, ein Stern. Neues. Da spreche ich... Wieso ist das immer noch ein Fragezeichen? Oh, jetzt hab ich zweimal gespeichert. Entschuldigen. Entschuldigen Sie. So, jetzt machen wir uns aber wirklich mal vom Acker hier. Ich hab irgendein Dingens entdeckt. Empfang, irgendwas, keine Ahnung. So, einmal starten. Und dann... Ich seh' leider gar nicht. Ich hab' hier Norden. Süden hab' ich hier. Aber ansonsten hab' ich hier... Wäääh? Ansonsten hab' hier nischt. Dann würd' ich sagen... Auf, auf. In den Himmel. Zu neuen... Planeten. Schön, dass es hier regnet. Ist bestimmt gesund. Shift. Und was ist Shift? Ist das Shift? Das ist Shift. Hm. Was ist das denn? Oh, das sind Transporteure. Und da ist irgendwo eine Raumstation. Wo bin ich denn jetzt? Bin ich jetzt schon außerhalb? Ja, ja. Eingehendes Signal. Für Lokalisierung scannen. Ich scanne. Signal trianguliert. Missionsstile aktualisiert. P drücken. Ich drücke P. Ah, okay. Damit komm' ich ins Protokoll. Sehr gut. Was haben wir denn hier? Signalverstärker aussuchen. Lokalisiere die Quelle des Missionssignals, um mehr zu erfahren. Okay. Hier ist auch irgendwo eine Raumstation. Ungewöhnlichstes Signal. Orte den Funktransmitter, um mehr zu erfahren. Aber ich will erst mal da hin. Dauert anscheinend nur ein paar Tage. Achso, Scamill auf. Achso, ich wollte ja siehe. So. Ich booste mich mal da eben rüber. Wäääh. Was ist das denn hier? Kann ich hier auch? Raketenwerfer für Pumpkanone. Oh. Hallo. Geh mal. Hallo. Geh mal. Geh mal kaputt. Kann ich das nicht kaputt machen? Normal sind ja auch Hochstoffe drin, oder? Raketenwerfer. Ah. Eisen. Aha. Alles Eisen? Okay. Gut. Eisen. Naja. Brauchen wir jetzt nicht so unbedingt. Oh. Thermium. Hier war irgendwo Thermium. Wah. Ah. Guck mal hier. Eine Flugrolle. Irgendwas ist hinter mir? Oder über mir? Was sind das? Oder sind das diese Meteoriten? Nee, ne? Ich hab leider keine Ahnung. Wir sind ein bisschen lahmarschig gerade. Ich geh mal wieder in Boots-Modus. Aber. Ja. Ich geh mal wieder in Boots-Modus. Da wird's. Also durch so einen Asteroidenfall zu fliegen ist gar nicht mal so einfach. Was ist das denn hier? Ich zieh mal nochmal. Jetzt hat er die gecheckt. Aber was ich da jetzt genau mitmachen kann, weiß ich auch nicht. Ich flieg da mal hin. Ein Frachter. Okay. Was mach ich mit Frachtern? Kann ich da landen? Boah. Das ist aber sehr gewöhnungsbedürftig hier. Krasser Scheiß, Alter. Ah, okay. Ich glaub da kann ich rein landen, oder? Ich versuch das mal. Ich hoffe das klappt. Irgendwie. Ich hab keine Ahnung wie, ehrlich gesagt. Ah, so ist oben. Ah, okay. Moin. Guten Tag. Oh. Ah, okay. Hat mich angesaugt. Landebuch 3, mal gucken was hier abgeht. Interessant auf jeden Fall. Gab's früher ja so auch nicht, ne? Also Frachtanlanden war schwierig. Sieht aber aus wie auf einer... Hallo? Wie komm ich jetzt? Schmidt. Was kering.